Willst du dir sicher, dass alle Ihre Elektronik, in particular Ihr Telefon portable, sind gut geöffnet? Im Namen der ganzen Team wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Flug. Meine Damen und Herren, zu Ihrer Information, da uns Ihre Sicherheit am Herzen liegt, zeigen wir Ihnen einen kurzen Film über die Sicherheit an Bord. Wir bitten Sie, diesen Instruktionen und Informationen aufmerksam zu folgen. Meine Damen und Herren, als Ihre Sicherheit ist unsere erste Priorität, wir bitten Sie, dass Sie die Sicherheit im Film demonstrieren, selbst wenn Sie mit Ihnen frequentistisch fliegen, und selbst wenn Sie Sie mit dieser aircraft-Type kennenlernen. Wir bedanken Sie in advance für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020